Wo und wann soll es dann bitte überhaupt noch gehen? Elena, für ein Kind von sieben Jahren ist es ein traumatisches Erlebnis, wenn er seine eigenen Eltern in dieser animalisch-viehischen Haltung besichtigen muss. Der denkt doch, der Papa tut der Mama weh, wenn du dann vielleicht auch noch schreist. Wann schreie ich schon? Der wird doch später nie mehr in der Lage sein, ein normales, natürliches, erfülltes Sexualleben aufzubauen mit seiner Frau. Willst du das? Können wir jetzt vielleicht wieder zur Sache kommen? Wovon haben wir gerade? Vom Ficken. Elena, warum willst du ständig unser harmonisches Familienleben durch diese nymphomanischen Quertreibbereien unterminieren? Nymphomanisch, wenn ich einmal im Vierteljahr darum rede... Einmal im Vierteljahr? Täglich redest du davon. Ich kann es nicht mehr hören. Und ich will auch nicht mehr davon reden. Und wenn du jetzt noch lange davon redest, dann will ich es auch nicht mehr tun.